Hallöchen Leute und ja, ich begrüße euch zu einem ganz kürzen Infovidee Ja, äh, bin finanziert zur Werte und was hier vielleicht viel ins Auge gefällt ist, ja, Hall of Fame Ja, ich habe mich vorhin spontan, äh, habe ich mir ein paar Gedanken gemacht und habe einfach mal gedacht Ähm, ja, ich habe viele vom Goldbunker sehen, sind auf dem Server sehen auch, der Goldbunker zerfällt Ähm, ich war eigentlich immer treu und wollte mich jetzt auch nicht für eine andere Gilder entscheiden Und da ich ja sowieso den Kreis der Hall of Fame weiter ausbreiten will Denn ich finde die Gilderidee einfach toll und ich mache sie einfach weiter Ich bin der Erfinder und, äh, mit All Weapons natürlich und so weiter Aber ich bin die ausweilende führende Kraft und deswegen mache ich einfach mal hier auch weiter Ähm, es wäre toll, wenn sich Leute finden würden Ich könnte auch gerne neu anfangen, aber da würde ich eher, Leute, nehmen die Pilzen Denn natürlich habe ich nicht die Pilze, um jetzt den Vollausbau zu leiten Ich habe jetzt den Pilzvollausbau, also den neuen Pilzervollausbau Äh, beschreiben wir euch schon als fertig Der Svenosh 1 kommt auch noch zu uns, auch von den Pilzern, das heißt, die werden noch stärker geschwächt Mag einreden vielleicht freuen, es tut mir leider leid Aber, äh, es macht mir halt da einfach keinen Spaß mehr Und, ähm, ja, deswegen mache ich hier mein eigenes Ding Ich habe jetzt, ähm, ja, vorhin die Gilder aufgemacht Und ihr könnt euch gerne bei mir bewerben, wenn ihr auf diesem Server spielt Und schon Stufe 30 seid, dann nehme ich auch noch 9 Pilzer Ähm, aber da kommt es dann nicht auf die Gewichtung eurer Bewerbung an An, ähm, annehmen, werde ich euch dann morgen Denn ich werde gleich erstmal Hayabubu machen Und dann werde ich euch alle einladen Zumindest die, die rein wollen Und die Leute, die neu anfangen möchten Ähm, seid bitte Pilzer Also, wenn ihr von 1 anfangt, dann als Pilzer kommt auf jeden Fall Kommt auf jeden Fall erst die Pilze rein Und wenn ihr auch noch Pilze spendet, kommt hier hundertprozentig rein Also, dann können wir nämlich einen besseren Ausbau haben und so weiter Und vielleicht, wenn wir es gut machen, können wir dann, äh, in ein paar Wochen Oder vielleicht auch Monaten, ähm, hier oben mitspielen Denn wir sehen hier zum Beispiel auch Lonely Fighter Mit Stufe 98, das heißt, den werde ich morgen schon angreifen und umboxen Bis er weinen geht Ähm, ja, das war eigentlich alles zu diesem Intro Video Wie gesagt, werbt euch, wenn ihr euch anmelden wollt Der Link zum Server, den werde ich in die Beschreibung packen Natürlich mit meinem Freundschaftslink, damit ich noch ein paar mehr Freunde werbe Und es würde mich freuen, äh, euch bald in der Hall of Fame zu sehen Bis dahin Tschö